Ja Mensch, so kann man ein Part auch anfangen. Ich habe Vogelboy gefunden. Ach du bist es. Richtig peinlich, dass ich mich vorhin mit Dolores Haus so... Oh Gott, Sven. Die Sache ist nämlich die. Ich wollte Dolores einen Brief von einem Moblins namens Momo überbringen. Doch ein sturer Vater wollte das nicht zulassen und ich hatte das nicht geweben. Wieso? Sturer alter Sack. Komm, stell dir einen Postboten an seiner Tür, rastet er völlig aus. Und weil ich mich noch extra verschwunden im Bastion gewagt, um den Brief abzuholen... ...ein Postbote mir den Brief nicht zustellen kann. So, keine Postbote mehr. Oh, ich brauche ein Schwert. Aber naja, ähm... Der nächste Zusteller wartet bereits auf mich und ich weiteren Trübsal blasen. Das ist wahrscheinlich damit eine kostbare Zeit. Übrigens, einen Postboten verscheuchen der halt mal sehr sofort. Aber gegen dich scheint er ja nichts zu haben, was? Äh, wie wär's, äh... Kannst du das machen? Was sagst du? Ja, klar. Oh, dein Ernst? Oh, danke, Mann. Manchmal ist es ein feier, du tue nette Dinge für einen. Oh, hier, bitte sehr. Brief eines Moblin. Mhm. Fass mich auf, dass du ihn doch Dolores übergibst. Kein Problem. Oh, by the way, welcome back to, äh... Legend of Zelda The Winter Waker. Und, äh, ne? Ja, wir haben jetzt den... Wir haben jetzt das, wir haben jetzt jenes. Wir haben jetzt eigentlich schon hier gut was ans Sidequests abgehakt. Wenn ich jetzt mich nicht komplett irre. Es gibt jetzt hier halt noch die, an die ich mich halt noch erinnere mit dem... ...mit dem Händler. Aber ich glaube, die lasse ich aus. Von daher... Äh, es war nie von noch einem Until Dawn Stream die Rede. Nur mal so nebenbei. Davon war nie die Rede. So, wo ist mein... Wo ist der Brief eines Mobbles? Hier, ich hab einen Brief von einem Mobbel. Huah! Das ist doch einfach ein Brief von Momo. In diesem Augenblick verwehrt danach Haare. Oh, lass mich sofort lesen. Also... Ich, Momo. Du, Dolores, ich dich gern haben. So gern. Zum Fressen. Also, es gehört... Was glaubst du? Ist das vielleicht... Ein Heiratser, Dirk? Oh, du hast echt nicht mehr alle an der Flöte. Ja, das muss es sein. Ich hab meine Gefühle von gut erreicht. Oh, ich warst noch nie so glücklich. Oh, ich werd von einem Goblin gefressen. Oh, ja, ich muss dir unbedingt... Was ist eigentlich schön geben? Hier. Ja, hier, hab das. Oh, shit, boy. War das gerade deine Lache? Dieses... Das... Ähm... Also, Momo... Schrift der Froh... Papa, Papa, Papa... Warte mal, kann ich nicht? You want that shit? You want that shit? Das ist doch... Ja, was ist denn... Was ist denn... Ich hab mir geschenkt gemacht? Das ist ja teures Geld verkaufen lassen. Komm, ich hab mir... Angelegen... Komm. Okay. Au. You want that shit? I don't want that shit. Das kann ich vielleicht nicht tun, Junge. You want that shit? Oh, boy. I'm missing fucking one. Fucking end me. Oh, boy. Oh, boy. Oh, Johnny, boy. Gut, hier sind wir fertig. Ab dafür. Ab dafür. Fuck the fuck. Wachpostenkarte. Wer braucht denn sowas? So. Auf geht's Richtung Süden. Um genau zu sein, so in die Richtung. Da ist ein... What? Beziehungsweise... Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist schon ein richtiger. An etwa hier. Istok. Manometer. So. Gut, 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 gut. Warte mal. Wo war das jetzt? Einmal direkt unter mir und dann generell. Okay. Das ist... Beide direkt unter mir? Aber die Karte habe ich doch da aus der Bast... Aus dieser... Tunnel da. Da war ich doch drinne. Oh shit, da ist ein... Da ist sogar ein Schatz. Wie wäre es, wenn du mich nicht störst bei dem, was ich vorhabe? Wie wäre es? So, Moment. Weil ich meine, ich habe die Triforce-Karte hier schon. Ah, hier. There we go. Yes. Oh yeah. Speaking of Pokémon, ich muss unbedingt mal wieder so... So einen richtigen Oldschool-Pokémon-Run machen. Noch mehr Geld! Wait, what? Ich hätte schwören können. Du Vogel, ne? Piss dich. Komm mal her. Kaputschki. Dropen die das? Oder habe ich jetzt gerade vollkommen einen an der Flöte? Weil laut der Wahnsinns-Karte soll hier noch eine Triforce-Karte sein. Aber ich hätte schwören können, ich war hier. Ich hätte schwören können, ich war hier schon. Warte mal. Ich fahre da nochmal rein, nur um sicher zu gehen. Bäh. Ja, die habe ich schon. Sorry, sorry, sorry. So, jetzt ist mein Dings wieder richtig. Moment, das heißt mir wird... Werden die mir nicht angezeigt? Ja, das ist eine Sache. Die Triforce-Karten werden mir nicht angezeigt. Wenn ich die schon habe. Oh. Ja gut. Das ist jetzt natürlich eine Sache. Aber gut, so tingeln können wir eh noch nicht, weil uns dafür eh noch ein bisschen Kleingeld fehlt. Von daher... Machen wir uns mal in die Richtung, würde ich sagen. Weil da ist nämlich angeblich ein Splitter. Ein Splitter. Das Schlimme ist, wir müssen dann die Scheiße tatsächlich noch suchen. Das heißt, wir sind dann noch nicht ganz vom Haken. Okay, warum ist das hier so dermaßen bewacht? Oh, ich erinnere mich an diese Insel. Ich weiß, warum ich hier schon mal war. Weil ich hier nicht weiterkam. Weil ich hier nicht genug hatte. I don't have enough. Okay, warum guckt der sich den Wachpost nach? Okay, checken wir auch nachher noch. Hey, großer Kopf. Oh, geil, wieder so ein Gauntlet. Na gut. Dann erkämpfen wir uns halt das, was wir haben wollen. Oh, oh. Oh, ich mag euch. Ihr klingt auch immer wie solche laufenden Tontöpfe. Auch wenn ihr euch echt wie Assis benehmt. Wirklich? Das hat euch nichts gemacht? So gar nichts? Du bist echt ein grober Penner. Ey! Wo du kannst du sagen? Oh? Boop, 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 boop. So. Präludien gibt es zwei Triforce-Teile? Wat? Zwei, wat? Ich weiß von einem. Und einem Herz-Teil, deswegen gehe ich da auch als letztes hin. Weil das wird dann nämlich dauern. Mortal Kombat. Moment, zwei? Aber warum... Ja, geil. Die eine habe ich gesucht. Die eine Kette. Wunderbar. Warte mal. Lachen wir mal gucken. Wahnsinnskarte. Habe ich? Habe ich. Sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, da gibt es nur zwei. Im Präludien gibt es zwei. Da muss ich dir leider widersprechen. Es sei denn, du willst sagen, dass meine Karte lügt. Du willst brennen? Ich lasse dich brennen. Oh, Kumpel. Das mache ich nur, um euch zu one-hitten. Einfach, weil es mir mehr Spaß macht. Was? Da, wo du ein Schiff anlegst, da musst du angeln. Was? Was? What? Mortal Kombat! Zieh dir deinen Stock sonst wo hin. Ach, wie süß. Nur zwei von euch. Ist ja schon fast adorable. Fuck. Sein Helm ist echt undurchstörbar. Komm her. Wo soll ich jetzt hin? Gott, von diesen Gurten habe ich mittlerweile so viele. Dabei brauche ich gar nicht so viel von dem Zeug. So. Vor allem, das wird teuer. Das ganze Gesoxe nach Tingle zu bringen. Das wird ein teurer Spaß. Gut, dass hier schon ein Teil drin ist. Das finde ich echt schön, dass sie das gemacht haben. Dass du hier, dann... Willst du da jetzt wohl mal hingehen? Dankeschön. Dass du wirklich nicht mehr nur noch Karten findest und dir dann wirklich dein gesamtes Erspartes auf den Schädel haust. Fehlen noch fünf. Zwei Karten haben wir. Und da bei dem Rest weiß ich zum Glück auch, wo er ist. Gut, dass es die Wahnsinnskarte gibt. Ohne die wärst du, glaube ich, echt hier... Ne. Da hättest du echt lange was zu tun hier. Vor allem, du müsstest echt die gesamte Map quasi erkunden, weil du sonst da gar nicht drauf kommst. So, den Wachposten da. Den hat der Kerl im Blick. Das heißt ja, da muss ja irgendwas Interessantes sein. Denk ich mal. Probieren wir es mal aus. Ist ja nicht weit. Wir haben ja ein Turbosegel. Das geht ja schnell. Auch wenn das Ding hart bewacht ist, so wie es... Alter, wie viele Kanonen hat das Ding? Das Ding ist ziemlich hart bewaffnet. Oh Gott, das Winn. Wie viele Kanonen hat das Scheißgerät? Wääh. Stimmt, ich kann ja auch fahren und schießen. Wenn ich jetzt noch Auto-Aim mit den Kanonen hätte, dann wäre ja richtig broken. Na, komm. Yes. So, das waren schon mal alle Kanonen. Pack das Ding jetzt weg. Meine Güte. Meine Güte. Einmal. So, die Karte haben wir. Das heißt, wir müssen da nochmal... Okay, da ganz nach Westen wollte ich sowieso, weil da noch drei Dings fehlen. Drei Flächen. Wo wir erkunden müssen. Von da her. Hey, Skeletor. Hey, Mann. Guten Tag. Ach, hier war ich schon. Scheiße. Oh, Mann. Aber gut, Glücks-Amulette kann ich auch immer gebrauchen. Na gut. Sn-Snaf, Sn-Snaf, red nicht mit mir, Boat. Ich will grad nicht mit mir geredet haben. Ups. Skeletor! Danke dir fürs Followen. Oh, Mann, der Skeletor. Hey, Mann. Oh, ich hab da letztens... Das hat mir... Das hat Alex bei uns in die Konfi geschmissen. So ein Bild von Skeletor und dann so... Yeah, I wish everyone a happy new year. Ausgeschlossen von He-Man. He can fuck right off. Das ist so doof. Oh, Mann. Hey, Austria for Life. Skate. Skate. Oh, gut. Wir sind aber auf einem guten Weg. Also, wenn ich jetzt mal so... Mal so technikieren darf. Ich würd sagen, das hier ist die vorletzte Aufnahmesession von Wind Waker. Weil alles, was hier nach jetzt kommt... Ja, nachdem... Nachdem wir das Triforce komplett haben, fehlt uns nicht mehr viel. Von daher... Ich schätze mal, da ist die Insel, wa? Meine Karte meint zumindest, das sollen Schiffe sein. Und dann ist halt die Frage, wo kriegen wir die Geisterschiff-Karte her? Weil die fehlt uns nämlich immer noch. Hallo, Boote. Na, wie geht's? Ja, drehe ich erst mal. Au. Au. Schifffight. Ich versenk dein Schlachtschiff. Oh, du bist sogar ein ganz großer. Ich seh schon. Du bist ein ganz großes Schiff. Du bist ein Trojaner-Schiff. Sag das doch gleich. Das versenke ich doch mit noch mehr Vergnügen. Du hast sogar eine besondere Animation. Ich stell mir nur gerade vor, was passieren würde, wenn man das Ding so unterbewusst versenkt, aber dann nicht aufsammelt. Oh, yeah. Ach, hey, Olli. Es geht. Spadababa. So. Oh, verschlüsselt. Ja, wir haben drei von den Dingern. Ein teurer Spaß. Gut, aber die drei Karten haben wir. Wir brauchen nur irgendwie die Geisterschiff-Karte. Ich hab... Ich hab noch so eine grobe Vermutung, wo die ist. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ist die jetzt im Norden oder im Süden? Das ist jetzt die große Frage. Beziehungsweise, wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? I need that Fisch. Ist das die Insel da? Sieht fast danach aus. Ich glaub, das ist sogar die Insel, nach der ich suche. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Nioh. Nein, nicht den... Du sollst nicht den Fisch in die Luft jagen. Ach, du streamst nachher? Ach gut, da wirst du nachher geradet. Das ist... Spoiler ich dir das schon mal. Raade ich dich nachher. Da wirst du wohl mit dealen müssen. Nadelfeldsinsel. Ah. Aber ich werde dir wahrscheinlich schon noch ein bisschen machen. Also so eine Stunde bestimmt noch. In bestimmten Stunde die Chefkreuzen sehen. Wir mit den Kanonen um sich Feuer. Gibt's kein Morgen mehr. Mir ist sicher, dass sie schätzen voll beladen. Natürlich braucht er aber auch derseits eine Kanone an Bord. Wer ist von mir? Ich verpiss mich mal wieder. Bis dann. Ich denke mal, das ist die Insel, nach der ich suche. Weil hier müsste es... Wenn ich mich nicht komplett irre... ...ein Loch geben. Und das soll nicht so klingen, wie ich es gerade habe klingen lassen. Ich glaube, das ist sogar schon das, wonach ich suche. Ich glaube, das ist ja nicht so klingen. Ich glaube, ich glaube, es geht. Ich glaube, es ist doch nicht so klingen. Ich glaube, es geht. Es geht. Ich bin so klingen. Ich weiß, wie wir es jetzt noch. Ich glaube, es geht. Vielen Dank.